Was ist da los? Auch so noch. Gleich auf den Rücken legen. Hippo, du Angsthase. Du Angsthase, ne? Na du? Bist du auch da? Mein Großer? Ja! Guck dir, die laufen noch. Das ist auch noch okay. Schönes Geld. Ja. Sagte meine Frau letztens, braun und weiß, das ist dein Kinderschokolade. Was möchtest du? Die sind beide noch. Schauen wir erst mal vor. Machen wir erst später. Jawohl. Hippo! Wo ist früher halt, was? Oh, hier sind Kinder. Hippo! 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 Haben sie zwei gefunden? Hippo! 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 So, hey! Komm auf die Kleinen. Hallo, hallo! Komm! Nein, Schloch! Hey! Schloch, nein! Schloch! Vielen Dank.